Das sind die 10 schönsten Orte in Deutschland, die du unbedingt besuchen solltest. Denn Anfang macht ein Ort, der wie aus einem Märchenbuch zu sein scheint. Neun Schwadenstein Castle in Bayern. Dieses Schloss ist ein Muss für alle, die Romantik und Geschichte lieben. Weiter geht es in Berlin, wo sich eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands befindet. Das Brandenburger Tor. Dieses Tor ist ein Symbol für Frieden und Einheit und sollte bei jedem Besuch in Berlin auf der To-Do-Liste stehen. Nun geht es in den Schwarzen, wo sich eine atemberaubende Landschaft mit dichten Wäldern und malerischen Dörfern erstreckt. Hier könnt ihr die Natur genießen und im Alltag entfliehen. Der Kölner Dom ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt und ein echtes Highlight. Mit einer Höhe von 157 Metern ist sie eines der höchsten Kirchengebäude der Welt, unbeeindruckt durch ihre gotische Architektur. Der höchste Berg Deutschland ist die Zugspitze, ein weiteres Muss für alle, die das Abenteuer lieben. Ob Skifahren im Winter oder Wandern im Sommer, die Zugspitze bietet das ganze Jahr über eine einzigartige Erfahrung. Das waren sie, die 5 schönsten Orte Deutschlands. Damit ihr Teil 2 nicht verpasst, abonniert den Kanal.